Wildes, wilde Horrorshow. Diesmal mit Gästen. Teufel, Henkel, Geier, alles kann ich ertragen. Aber Spannerum und Leute, die ihre Finger in Senftöpfchen tauchen. Das ist das Böse schlechthin. Und zwar Teil 1. Der große Mann jagt den kleinen Mike. Du spielst ein raffiniertes Spiel, mein Junge. Aber das Spiel ist aus. Jetzt wirst du sterben. Das Böse. Freitag, 23.30 Uhr.